Hallo, hier sind Julia und Heiko. Heiko, so funktioniert das nicht. Hi, hier sind Ronja, Julia und Lena. Wir sind die Pegasus-Spiele Pummel-Einhorn-Taskforce. Also bleibt dran. Es gibt schon einiges von Pummel-Einhorn, womit man dekorieren kann. Oder kuscheln. Doch jetzt bringen wir euch den vollen Spielspaß. So flauschig. Der Kick für Marathon ist ein flottes Spiel für zwei bis sechs Kicks-begeisterte Einhorn-Fans, ab sechs Jahren. Pummel möchte ein wenig Sport machen. Laufen soll ja angeblich Spaß machen. Aber ohne Proviant ist das absolut nicht durchzuhalten. Wasser? Fitnessriegel? Nein, da müssen natürlich Kekse her. Pummels Freunde unterstützen ihn kräftig bei seinem Marathon. Denn leckere Kekse sind doch die beste Motivation. Was ihr hier seht, ist das Großspiel vom Kekse-Marathon, das uns auf Events begleitet. Zum Beispiel auf die Spielemesse nach Essen. Ab Oktober wird das Spiel dann bei Spielehändler, online und natürlich bei uns am Stand auf der Spielemesse in Essen für ungefähr 10 Euro erhältlich sein. Und wenn ihr es dann gekauft habt, könnt ihr zu Hause die Pummel-Einhorn-Glitzer-Welt gemeinsam mit euren Freunden entdecken. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen hoch. Und abonniert unseren YouTube-Kanal für noch mehr Erklärvideos, Previews und Videos rund um Pegasus-Spiele. Tschüss und bis zum nächsten Mal.